Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlossen. Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Antrag, dem Ausschuss für innere Angelegenheit, zur Berichterstattung über ein Bundesgesetz, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, die Straßenverkehrsordnung 1960 und das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden. Eine Frist bis zum 19. April zu setzen. Ich bitte jene Damen und Herren, ein Zeichen der Zustimmung, sich von den Sesseln zu erheben. Das ist die Mehrheit, das ist angenommen. Wir gelangen nun zum Tagesordnungspunkt 6 der Tagesordnung, Bericht des Gesundheitsausschusses, über den Bericht der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten. Der nächste Tagesordnungspunkt ist eine Sozialvorschau. Die EU-Vorhaben im Sozialbereich für das heurige Jahr wurden in einem Bericht des Sozialministeriums zusammengefasst. Auf die Berichterstattung wurde verzichtet, weder Berichterstatter noch ein Wort er eben nicht. Dann kommen wir zugleich zur Abstimmung über den Antrag des Gesundheitsausschusses. Es sind keine Redner dazu gemeldet, deshalb wird gleich abgestimmt. Ich möchte jene Damen und Herren, die hierzu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig. Ich danke. Wir gelangen nun zu den Punkten... Ich weise den Bericht. Achso, Entschuldigung. Ich weise noch den Bericht, 3,98 der Beilagen dem Ausschuss für Arbeit und Soziales zu. Vielen Dank. Vielen Dank.